Was ist eine Long-Short-Strategie und wie bringt mich das als Anleger weiter? Das ist das Olympiastadion in Berlin. Da passen 70.000 Menschen rein und wenn ich mal in Rente gehe, dann werde ich 70.000 Menschen die Altersvorsorge verbessern. Darum soll es heute gehen. Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Viehbruck. Ja, eine Long-Short-Strategie funktioniert letztlich so, dass ich eine teure Aktie leer verkaufe, die ich gar nicht habe. Erkläre ich gleich, wie das funktioniert. Und eine billige Aktie kaufe. Das Ziel ist dabei, einen Gewinn zu machen in egal welcher Börsenphase. Ich erkläre das kurz, wie das gemeint ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben in ein und derselben Branche zwei Aktien. Sie haben die Aktie A, nehmen wir mal die Branche Automobil. Sie haben die Aktie A, die ist gerade sehr teuer, aus irgendeinem Grund. Die kostet 20 mal ihren Jahresgewinn. Also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Kurs-Gewinn-Verhältnis habe ich ja erläutert in einem anderen Video hier. Schauen Sie gerne mal nach. Ach, also diese Aktie hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 und ist damit vergleichsweise teuer. Jetzt haben wir hier eine zweite Aktie, Aktie B, ebenfalls Automobil-Branche. Nehmen wir mal an, die hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 12. Also das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist deutlich schlechter. Jetzt nehmen wir weiter an, dass die Aktien grundsätzlich beide Gewinne machen und alles soweit in Ordnung ist. Aber aus irgendeinem Grund gibt es hier gerade einen Hype. Diese Aktie ist gerade sehr, sehr teuer und diese Aktie ist halt gerade günstig. Das kann manchmal auch aus irgendeinem Grund sein, der wirtschaftlich gar nicht so eine große Rolle spielt. Börse ist halt auf beiden Seiten nach oben und nach unten immer noch sehr viel Psychologie. So, jetzt mache ich bei dieser Strategie folgendes. Ich kaufe Aktien von der Aktie B, die gerade günstig ist und ich verkaufe leer, also etwas, was ich gar nicht habe, das nennt man Leerverkauf, verkaufe Aktien von der Gesellschaft A. Jetzt stellen Sie sich die Frage, wie kann ich was verkaufen, was ich gar nicht habe? Das geht eben schon, also Leerverkauf geht eben schon. Wie mache ich das? Das machen Fondsmanager so, indem sie hergehen und sich das irgendwo leihen. Also als Beispiel, ETFs verleihen relativ häufig ihre Aktien, die sie haben, um die niedrigen Kosten irgendwie anders wieder reinzukriegen. Niedrige Kosten versucht man anders reinzukriegen und verleiht zum Beispiel dann die Aktien, die da sind. Also verleiht man die Aktien zum Beispiel einem Fondsmanager und der verkauft sie dann. Es gibt dann eine Gebühr und die Aktien zurück, aber es gibt halt nur die Stücke zurück. Also wenn jetzt dieser Fondsmanager sich irgendwoher 10.000 Aktien geliehen hat, dann muss er 10.000 Stück Aktien zurückgeben plus eine Leihgebühr, aber eben nicht das Geld, was es wert war. Und ob das dann steigt oder fällt in der Zeit, das ist das Problem dessen, der es verliehen hat. Das ist das Problem dessen, der es verliehen hat. Genau. Also, das nennt man Leerverkauf. Ich verkaufe etwas, was ich gar nicht habe, weil ich es zum Beispiel geliehen habe. Das Ziel ist jetzt folgendes. Man geht davon aus, wenn der Markt grundsätzlich hoch geht, dann wird diese Aktie nicht mehr so stark steigen. Ich muss sie dann zurückkaufen. Also der Fondsmanager muss sie bei dieser Strategie dann zurückkaufen. Das heißt, er muss ein bisschen mehr Geld ausgeben, um die 10.000 Stücke wieder zu kaufen und an den Verleiher zurückzugeben. Aber man geht gleichzeitig davon aus, dass sich diese Aktie in einem solchen Markt viel stärker entwickelt. Und das klappt oftmals auch. Also die billigere Aktie steigt in solchen Märkten öfter mal schneller. Gleichzeitig ist es so, dass man, wenn der Markt fällt, das geht jetzt runter als Beispiel, dann ist es oftmals so, dass diese Aktie, die vorher schon teuer war, stärker fällt als diese Aktie. Und so habe ich eben hier ein fettes Minus und kann viel billiger die 10.000 Aktien zurückkaufen, die ich mir vorher geliehen habe und mache den Schnitt dadurch, dass ich eben billig eingekauft habe, was ich mir vorher geliehen habe zu einem viel höheren Preis. Ich mache hier Verlust, okay, das ist so. Ich mache hier dann einen Verlust, das wäre so. Den kann ich aber überkompensieren durch das hier. Also das Ziel bei einer solchen Strategie, der Vorteil bei einer solchen Strategie ist eben, dass man in allen Marktphasen grundsätzlich Gewinne machen kann. Es werden nie die Mordsrenditen sein, weil man natürlich immer auf beide Seiten setzt. Aber es ist halt ein konstanterer Verlauf, der dadurch erreicht werden kann. In schlechten Phasen mache ich dadurch Gewinn, dass ich diese Aktien billiger zurückkaufen kann. Und in guten Phasen mache ich dadurch Gewinn, dass diese Aktie in der Regel stärker steigt. So funktioniert eine Long-Short-Strategie. Auch das kann man schön in ein Portfolio mit einbauen. Eine der Strategien, die ich wirklich gut finde, gibt mittlerweile auch viele Strategien. Die haben keinen wirklichen inneren Wert mehr. Das hier ist durchaus ein schlaues System oftmals. Wenn Sie Fragen jetzt so haben oder Feedback, schreiben Sie es gerne herunter. Wenn Sie eigene Themen anregen wollen, machen Sie es auch gerne. Dann gehe ich darauf ein. Bleibt mir jetzt nur noch Ihnen alles Gute zu wünschen. Und damit sage ich dann Tschüss und auf bald.